Seit ihrer Impfung ist Nele ein Pflegefall. Die 30-Jährige wird künstlich ernährt, kann sich nicht selbstständig bewegen. Ob sich ihr Zustand je ändert, wissen die Ärzte nicht. Sie bräuchte eine wirksame Therapie, und die gibt es ebenso wenig wie finanzielle Hilfe. Ihr Antrag auf Impfschaden wurde abgelehnt. Wir fühlen uns hier sehr alleine gelassen. Es ist tatsächlich so, dass man von nirgends wo Hilfe bekommt. Und es wird einfach komplett unter den Teppich gekehrt. Und das finden wir so schlimm. Kurz nach der 2. Impfung mit Moderna, einem mRNA-Impfstoff, setzte bei Nele hohes Fieber ein. Sie sei kaum noch ansprechbar gewesen. Mit dem Notarzt kam sie in ein Krankenhaus. Neles Organe drohten zu versagen. Insgesamt 11-mal wurde sie in ein künstliches Koma verlegt. Später diagnostizierten die Ärzte eine Enzephalopathie, eine Schädigung des Gehirns. Nele hatte zwar vor der Impfung Epilepsie. Doch sie führte ein ganz normales Leben, arbeitete als Kauffrau, ging reiten, tanzen. Niemand sagte ihr, sie solle sich nicht impfen lassen. Im Gegenteil. Gerade Epileptiker sollten auch unbedingt geimpft werden. Ja, dann haben wir noch einen Zettel mitbekommen. Falls irgendwelche Impfnebenwirkungen auftreten, dann geben Sie bitte eine Ibuprofen. Und dann würde das alles laufen. Ja, ist gelaufen. Die Mutter schafft es nicht mehr allein, ihre Tochter zu pflegen. Mittlerweile hat sie die höchste Pflegestufe. Drei medizinische Stellungnahmen bestätigen den Zusammenhang zwischen Impfung und Hirnschädigung. So heißt es hier. Der Zusammenhang zwischen der Impfung und der derart schweren, vorher nie aufgetretenen Enzephalopathie ist nicht bloß zeitlich, sondern auch kausal eindeutig. Doch Nele nützt das nichts. Sie bräuchte eine Therapie, und zwar schnell. Denn bisher verlief jeder Ansatz ergebnislos. Auch Ramona Lautenschlager hofft seit ihrer Impfung im Jahr 2021 auf eine Behandlung, die ihr zumindest ein Stück weit ihr altes, aktives Leben zurückgibt. Ich habe schon aufgegeben, dass es 100%. Wenn mir reichen 70%, ich würde einfach gern meinen Alltag bewältigen können, dass ich auf niemanden angewiesen bin. Dann wäre es für mich schon schön. Die junge Frau steht für all jene, die seit ihrer Corona-Impfung am sog. Post-Vax-Syndrom leiden. Ein Krankheitsbild, das dem von Long-Covid ähnlich ist. Dazu zählen z.B. chronische Erschöpfung, Nervenschmerzen, Herzrasen. Bei Ramona begann alles mit einer Herzmuskel- und Herzbeutelentzündung. Laut Schreiben ihrer Kardiologen würde diese nicht auf eine Therapie ansprechen. Seit drei Jahren ist sie arbeitsunfähig, bekommt unterdessen eine geringe Rente wegen voller Erwerbsminderung. Ohne die Hilfe ihrer Schwester könnte sie weder die Behörden-Schreiben noch die vielen Arztbesuche bewältigen. Der Ordner ihrer Krankenakte ist dick. Die junge Frau ließ in den letzten Jahren nichts unversucht, um wieder gesund zu werden. Die meisten Therapieversuche, wie die Blutwäschen, musste sie selbst zahlen. Ich glaube, es reichen keine 20.000 Euro. Ich glaube eher, dass man bei 30.000 Euro jetzt schon ist. Weil die Blutwäschen kosten ja schon um die 10.000 Euro. Und dann kommen ja wirklich die zwei Jahre dazu, wo man pro Arzttermin eigentlich sagt, man hat immer Geldausgaben. Doch warum erfahren Betroffene keine schnelle Hilfe? Karl Lauterbach hatte die schon 2023 in diesem Interview versprochen. Er gab das erste Mal öffentlich zu, dass es Schwergeschädigte nach der Impfung überhaupt gibt. Es muss also hier zu einem schnelleren Anerkennen dieser Verfahren, diese Impfschäden kommen. Die Uniklinik Marburg gehörte zu den ersten, die nicht nur eine Spezialambulanz für Long-Covid, sondern auch für Post-Vac-Patienten errichtet hat. Mittlerweile stehen mehr als 8.000 Patienten auf der Warteliste von Professor Schiefer. Damit sei er bis Ende 2025 ausgebucht. So könne man die Flut an Patienten nicht in den Griff bekommen. Es fehlen die vielen, vielen Anlaufstellen, die niederschwellig auch von Betroffenen kurzfristig angerufen werden können. Weil wir alle wissen und haben es in diesen vielen Schicksalen ja erlebt, je länger man wartet, desto unwiederbringbarer ist dann letztlich auch die Gesundheit. Und wir brauchen diese ganzen jungen Menschen, die jetzt betroffen sind, im Berufsleben. Weil Geschädigte nach einer Corona-Impfung anfangs verleugnet wurden, haben sie sich selbst vernetzt. Mehr als 50 Selbsthilfegruppen gibt es mittlerweile, wie hier das Post-Vac-Netzwerk in Nordrhein-Westfalen. Die Betroffenen, vor allem deren Angehörige, haben vorletzte Woche diesen Austauschtag organisiert, Ärzte und Politiker eingeladen. Was sie eint, sie alle sind seit der Impfung krank. Was ihnen seit Jahren fehlt, sei Anerkennung und Hilfe. Es ist immer noch so, sobald es nicht Long-Covid ist, sondern Post-Vac, also zum Beispiel keine Infektion vorgelegen hat, dann werden wir schlichtweg abgelehnt. Es ist bis heute so, dass wir keine groß angelegten Forschungsstudien haben. Somit haben wir keine Gutachter, die über ein Krankheitsbild entscheiden können. Keine Kausalität kann zuhergestellt werden und man bleibt ohne Versorgung und ohne Anerkennung. Ich werde wahrscheinlich bei Sozialhilfe landen und ich habe von Ämtern und Behörden bis jetzt keinerlei Unterstützung oder Hilfe bekommen. Ganz im Gegenteil. Vom Staat eine finanzielle Absicherung zu bekommen, scheint für Geschädigte nahezu aussichtslos. Ramona Lautenschlager hatte ihren Antrag auf Impfschaden schon 2022 gestellt. 2024 wurde ihr Widerspruch zurückgewiesen. Sie hat nun Klage eingereicht. Und das, obwohl ihr mittlerweile drei Uni- und auch Fachkliniken das Post-Vac-Syndrom nach Impfung diagnostizieren. Wie kann das sein? Das für Ramona zuständige Versorgungsamt verweist bei seiner Ablehnung auf den Sicherheitsbericht des Paul-Ehrlich-Institutes. Demnach existiere derzeit kein Hinweis auf einen direkten Zusammenhang zwischen den Long-Covid-ähnlichen Beschwerden und der Covid-Impfung. Bundesweit versenden die Versorgungsämter der Länder solche Ablehnungsschreiben, die plus minus vorliegen. Immer mit demselben Verweis auf die gemeldeten Zahlen beim Paul-Ehrlich-Institut. Das Paul-Ehrlich-Institut ist in Deutschland für die Sicherheit der Impfstoffe zuständig und wertet alle Verdachtsfälle aus, die Ärzte, aber auch Betroffene melden. Das Bundesgesundheitsministerium schreibt uns dazu, dass dem Paul-Ehrlich-Institut aktuell 2614 Post-Vac-Verdachtsfälle vorliegen. Zu wenig, um ein Risikosignal zu erkennen. Doch ist diese Zahl realistisch? Dass das Meldesystem des Paul-Ehrlich-Institutes unzureichend ist, stellte der Bundestag schon 2020 fest. So heißt es in dieser Drucksache, dass nicht alle Impfkomplikationen erkannt bzw. gemeldet werden und von einer Untererhebung auszugehen ist. Deswegen änderte der Bundestag das Infektionsschutzgesetz. Das Paul-Ehrlich-Institut bekam den gesetzlichen Auftrag, zusätzlich die Diagnosedaten der Versicherten auszuwerten. Diese zusätzliche Datenbasis ist besonders bei der Einführung neuer Impfstoffe erforderlich. Doch wurden diese Daten ausgewertet? Das Bundesgesundheitsministerium schreibt dazu, dass aktuell Datenflüsse an das PEI getestet würden und die Auswertung derzeit in Vorbereitung sei. In Vorbereitung nach fast vier Jahren? Dabei hatten die Krankenkassen wie der AOK-Bundesverband dem Bundesgesundheitsministerium seit 2021 immer wieder Vorschläge für einen Datenaustausch unterbreitet. Doch der angebotene Informationsaustausch wurde vom Ministerium nicht in Anspruch genommen. Heißt es von den Krankenkassen. Aus unserer Sicht ist es sehr bedauerlich, dass eine datenbasierte Beantwortung von Fragen zu Impfnebenwirkungen aller Geimpften aktuell in Deutschland nicht möglich scheint. Will die Bundesregierung das wahre Ausmaß an Impfgeschädigten gar nicht wissen? Bei Nele war zumindest schon mal ein Politiker vor Ort. Geändert hat sich danach nichts. Wir sind oftmals mit unseren Kräften am Ende, auch mit den Nerven am Ende, weil es ist einfach immer wieder kräftezehrend, was wir hier wirklich am Tag leisten. Trotz Pflegepersonal. Aber wir können gar nicht mehr aufgeben. Das steht gar nicht im Raum. Wir müssen das einfach für unsere Nele tun. Ramona Lautenschlager hat gerade Post vom Sozialgericht bekommen. Ob sie das Verfahren nicht ruhen lassen will, ist genügend Daten und Forschungsergebnisse für ihr Krankheitsbild vorliegen. Schon nächst nicht libre. Aber wir können nicht nur einen chillingen Ort zusammen booken.